herzlich willkommen zu einer neuen folge dracula 3 wir spielen jetzt weiter wir sind fast in die luft geflogen oder sind es sogar dreimal aber naja wir haben ein brief von irina box er kommt spät die unruhen in alba haben den postdienst sicher gestört also das haben wir schon gelesen dass auch müssen wir das mit dem messer öffnen oder so so wir haben jetzt eine bombe vielleicht brauche ich diesen knoblauch ich muss einen luftdichten behälter dafür finden es wird schlimmer meine augen tränen und bekomme kaum luft es ist knoblauch kein zweifel es ist der knoblauch der mich krank macht wir werden zum vampir gott sei dank ich will auch ein vampir sein luftdichten behälter nein okay luftdichten behälter hat unser nachbar was ein luftdichten behälter hat deine fresse fragen wir mal unten bei dieser komischen frau nach fragen mal wer uns in die luft sprengen wollte vielleicht weiß sie ja was du ich sage es nicht gerne aber es wäre besser wenn ihr gehen würdet ihr bereitet mir große sorgen eure sorgen sind begründet jemand wollte mich töten töten jesus und maria es war eine bombe an meiner tür eine bombe wenn ich nicht so vorsichtig wäre würde ich jetzt tot unter den ruinen meines zimmers liegen und bitte spielt nicht die unschuldige ich habe damit nichts zu tun vater es war herr janos peckmester er kam mit einem mann aus alba lula sie gingen rauf zu eurem zimmer sie haben gesagt ich soll schweigen und euch nichts erzählen und ihr habt das zugelassen wie schrecklich sie hätten mein gasthaus niederbrennen können genau wie die kirche sie haben gesagt dass ich euch loswerden soll ich habe es versucht aber bei allem respekt ihr seid ziemlich hartnäckig ja ich kann sehr stur sein was ist das für ein brief auf der theke er ist für herrn peckmester ach ja ich werde ihn öffnen guter gott herr peckmester wird sehr wütend sein ich kann auch wütend werden wenn es sein muss vater bitte seid mir nicht böse ich verstehe dass ihr wütend seid aber es ist auch für mich nicht leicht fremde unterzubringen und das nach allem was geschehen ist es ist sehr gefährlich werte hans ich hoffe eure archäologischen nachforschungen schreiten euren vorstellungen entsprechend voran ich habe mich mit dieter ausführlich darüber unterhalten es gelang ihm nicht mich zu überzeugen ich glaube nicht dass es notwendig ist das problem in neuen lichten zu betrachten das wäre vergeudete zeit dita besteht darauf dass wir in diese richtung weiter suchen doch glaubt mir die lösung liegt nicht hier punkt um hochachtungs hvk nein gut wir noch was auf dem dachboden vor ich wollte eigentlich den luftdichten behälter haben aber naja gut auf dem dachboden guten tag wie püppchen du siehst immer noch beschissen aus bauen wir die scheiße hier wieder zusammen november 1870 ich bin gerade aus budapest zurückgekehrt ich bin erschöpft und habe keine kraft mehr zu schreiben deshalb diktiere ich diesen tagebucheintrag um die tragischen ereignisse festzuhalten die sich in vladowiste abgespielt haben mein kampf mit dracula hat in einem pad geendet der graf wird mir sicherlich nicht nach budapest folgen aber ich musste weit weg von seinem gebiet fliehen wenn ich zurückkehren würde würde man mich sofort wegen komplizenschaft in einem mordfall verhaften in seiner transsivanischen festung ist dracula unbesiegbar sein wille ist gesetz und niemand wagt ungehorsam manchmal wechselt er sein jagdrevier wenn es ihn nach neuer beute gelüstet aus diesem grund hat er ein haus in budapest gekauft das schicksal hat ihn gezwungen sich zu entscheiden da er die frau seines notars und meines freundes joan hartner begehrte und mit ihr fliehen wollte joan und ich haben uns auf die suche nach dem verfluchten paar gemacht mir wurde schnell klar dass der graf luciana auf den fahrt des drachen locken wollte als verlobungsgeschenk wollte er ihr unsterblichkeit schenken wir folgen den verliebten von stadt zu stadt doch wir lagen immer einen schritt zurück und als uns unsere lange verfolgungsjagd nach fladoviste geführt hat konnten wir nicht einmal das schloss des grafen betreten bevor wir mit dem schrecklichen konfrontiert wurden wir haben im gasthaus übernachtet mein zimmer hatte eine verbindungstür zu joans zimmer in der nacht hörte ich luciana nach ihrem mann rufen mein freund der sich weigerte zu akzeptieren was aus seiner frau geworden war lud sie auf sein zimmer ein seine unvorsichtigkeit war tödlich luciana hätte ihren mann ausgesaugt wenn ich nicht eingegriffen hätte ich zerschmetterte die verbindungstür zwischen unseren zimmern und durchstach das herz des vampiers ich wollte das gasthaus sofort verlassen aber joan war zu erschöpft und weigerte sich mir zu folgen wie befürchtet wurde mein freund verhaftet und wegen mordes an seiner frau verurteilt ich erfuhr dass er in seiner zelle gestorben ist die zeitungen schrieben er habe sich umgebracht aber ich sehe in seinem tod das werk des grafen der auch in den gefängnissen einfluss hat hier ist hermann von bergens letzte nachricht aufgenommen vor einem halben jahrhundert der zylinder ist in meiner hand zerbrochen oh was für ein pilch na ok haben wir hier oben einen behälter ne ne oew 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 so können wir rumschnüffeln Es ist keine Zeit für Skopel. Ich werde diesen Raum durchsuchen. Oh, er hat Eier bekommen. Auf dem Papier sind Spuren von eingeprägtem Text. Auf dem Papier sind Spuren von eingeprägtem Text. Ich muss Osana fragen, warum sie alle Spiegel im Gasthaus abdeckt. Sehr geehrter Herr Peckmister, ihr habt eine Genehmigung beantragt, um auf dem Schloss des Zwillis, das sich im Besitz der Stiftung befindet, Ausgrabungen vorzunehmen. Ihr habt bis zur eingestürzten Zugbrücke uneingeschränktes freies Feld. Wir können es euch jedoch nicht genehmigen, die Zugbrücke zu reparieren, um im Schloss selbst zu graben. Dieses ehrgeizige Projekt geht mit zu vielen Gefahren einher. Das Schloss diente während des Krieges als Waffenlager. Es besteht kein Zweifel daran, dass sich noch immer scharfe Granaten in den Ruinen befinden. Außerdem erscheinen eure Vorhaben, obwohl sie blöblich sind, etwas verfrüht angesichts des allgemeinen Zustands dieses Landes. Es wird sicherlich eine Zeit kommen, in der eure Projekte angemessener erscheint. Wir werden euch zu geben der Zeit informieren mit freundlichen Grüßen, Radul Valkat. Abgeschlossen. Werden wir den Schlüssel eigentlich irgendwann finden, ist die Frage. Wir kommen ja von unserer Zimmer rein. Eine Bibel auf Griechisch. Warte, bitte seid mir nicht... Es wird... Es wird... Es wird... Keine Antwort. Dann gehe ich einfach hinein. Ich hoffe, Maria ist nichts passiert. Es riecht nach Tabak. Nein. Nein. Durch einen Blitz in der Nähe sind die Sicherungen rausgesprungen. Marias Tuch blutdurchdrängt. Ein Hammer und ein Holzpflock. Warum liegen die hier? Sind sie vielleicht während eines Kampfes auf den Boden gefallen? Nein. Leute, dass ich mich immer noch in dieser Mechanik habe. Obwohl... Okay. hallo ist übervoll marias und ist verwöhnt und mir brauchst du keine angst haben ich knudel dich nur aber die blitzer ekelhaft lehrer kanister okay ich sitze im dunkel und krieg hier so ein flashbang hier rein eine hake zum unkraut jäten für die jacke abgeschlüssen macht immer nicht ins büchschen so viele scheint als wäre etwas in diesem sag hier ist nichts drin und so lang aber in diesem sag aufbrechen aufbrechen welcome to the hell also was für ein hässiges gesicht man ist ja nicht aber sie fallen gelassen ja das weiß ich ein generator ich weiß nicht wie dieses gerät funktioniert anstatt zu versuchen es in gang zu bringen sollte ich über die sicherungen im haus wechseln danke für den tipp wenn ich das tue wird alles auf den boden fließen ein generator ich weiß nicht wie in allen guten wimmel bildern einfach benzin rein und es funktioniert es gibt es Äh... Ich glaube, er atmet noch, aber sehr schwach. Er scheint in einem kataleptischen Zustand zu sein. Was ist denn mit ihm geschehen? Und wer hat ihn in diesen Sarg gelegt? Von einem Wurtig, also, über einen Tyrannen namens Crackle, ein weiterer Name für Crackle, nach seiner Flucht in Klumpflat-de-Besch, den Thron. Vor allen Tyrannen und Verrückten, die seit Beginn der Zeit unter dem Himmelszelt auf diese Erde wandelten, war keiner grausamer als er. Es gefiel und beruhigte ihn, wenn Menschenblut floss, und es war eine Angewohnheit von ihm, seiner Hand bei den Mahlzeiten in das Blut zu tauchen, das ihm gebracht wurde. Der niederträchtige Heide lud alle Fürsten und Hürden-Träger seines Landes zu einem Fest auf seinem Schloss ein. Als das Fest vorüber war, ließ er alle Gäste festnehmen, junge und alte, 500 an der Zahl. Ein Mönch fragte ihn, welche Verbrechen haben die schwangeren Frauen begangen, dass ihr sie aufspießen lasst, und die kleinen Kinder, die ihr umbringt. Er antwortete, der, der sein Feld von Unkraut befreien will, entfernt auch die Wurzeln. Deshalb werde ich diese Kinder jung töten, damit sie ihren Vätern nicht rächen können. Geonesische Gesandte nahm ihren Kopfbedeckungen nicht vor ihm ab, und Dracula fragte sie, warum. Und sie antworteten, es ist unsere Sitte, sie nicht abzunehmen, auch nicht vor dem Kaiser. Und er sagte, ich möchte eure Sitte respektieren, und sie danken und lobpreisten ihn. Und er, dieser verrückte Mörder, ließ ihre Kopfbedeckungen an ihren Köpfen festnageln und sagte, somit habe ich eure Sitte unterstützt. Er ließ einige seiner untertanen Köpfen und benutzte ihre Köpfe als Köder für Flusskrebser. Dann lud er die Freunde der Verurteilten ein und eröffnete ihnen am Ende der Mahlzeit, ihr habt die Köpfe eurer Freunde gegessen. Er lud viele kranke, blinde, verkrüppelte und behinderte Bettler und Arme zu sich ein, so viele, wie er ausfindig machen konnte. Am Ende der Mahlzeit ließ er sie alle verbrennen und sagte, diese Menschen sind nichts wert. Es waren über 600 und kein einzigster Überlebte. Ein Manuskript von Draculas Biografie, in Versen geschrieben. Dieses einmalige Werk kann nur aus der Van Bergen-Sammlung stammen. Achso. Ein Chromfeuerzeug. Horizont. Diese Zigarettenmarke kenne ich. Riecht nach Pflaumen. In der Flasche ist sicher Schnaps aus der Region. Janus und Tietz. Ich sollte alle Taschen von Janus durchsuchen. Schlüssel brauchten wir hier drinnen. Berlin. Nach dem Erfolg des gleichnamigen Theaterstück inspirierte Bram Stalkers Roman Draculo Die Welt des Kinos. Für die Hauptrolle hat Friedrich Wilhelm Murnau den außergewöhnlichen Max Schreck gewählt. Es kursierte das verrückte Gerücht, dass dieser äußerst interessant aussehende Schauspieler auch ein echt ein Vampir ist. Wofür brauchte ich nochmal die Schlüssel? Oh, hier sieht man gar nichts, ne? Ich muss die Stromversorgung wiederherstellen, ja? Ich bin so blöd dazu. Achso, da brauchten wir einen Schlüssel für. Okay, der war es nicht. Nein, ich wollte den goldenen Schlüssel haben. Ah, wir haben nur weitere Seiten. Achso, okay. Nie drauf geachtet. Perfekt. Das ist der richtige Schlüssel. Aber wieso ist er in Janas Tasche? Das musst du ihn selber... Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge.